Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. 1985 wurde das Objekt erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 104 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 260.000 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Θelij auch noch ein Frisch und das Korrekt. Hier gibt es im solves die Abwech-Darmstadt. Diese Marathon wird zur EU-Anstattung gegen die Abwech-Darmstadt.